Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ja, aber da muss man auch mal ganz klar einsehen, dass Schokolade einfach warm nicht schmeckt. Gott, oh Gott, oh Gott. Warum sperrst du dich denn so dagegen? Ja, weil ja jedem klar ist, dass die Kakaoaromen erst ab 18 bis 20 Grad ihre volle Wirkung entfallen. Das weiß jeder, das wird dir jeder Fachmann bestätigen. Und du, wie einer, der bestreitet, dass die Erde eine Kugel ist, für dich ist die Erde eine Scheibe. Und deshalb packst du Schokolade in den Kühlschrank. Kann man machen, aber keine gute Ladung. Es gibt doch keinen Sinn, es ist doch dieselbe Scheiße wie mit Bier. Trink doch mal warmes Bier. Ist ja eben nicht dieselbe Scheiße. Ja, weil Bier... Ja, aber warum sagen alle Fachleute, dass Schokolade bei 18 bis 20 Grad am besten ist? Ja, keine Ahnung. Du bist wirklich kein Ansprechpartner dafür. Nein, 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 weil ich sage es dir ganz klar, Schokolade schmeckt einfach viel zu süß, wenn sie warm ist. Dann sag doch einfach, dass du keine Schokolade magst. Dieser breiige Zustand im Mund. Wie kann man denn so verbohrt sein? Ja. Aber bei Pilz heißt es immer, ja, ein Pilz muss schön kalt sein. Wenn du das schmecken willst, wenn du mal wissen willst, wie scheiße Pilz schmeckt, trink mal ein warmes Bier, da hast du deine warmen Kakaoaromen. So, pass mal auf. Du, erstmal bist du überhaupt keine Pilznase, du trinkst gar kein Bier. Ja, weil es kalt und warm scheiße schmeckt. Ja, wenn du über Schokolade und Bier weißt, dann hast du alles außer Super-Illu. Du bist ein Trottel, was Lebensmittel angeht. Du hast doch gar nicht, du weißt doch nicht mehr, wie man Lebensmittel einkauft. Nee, das möchte ich mir doch nicht wissen. Ich gehe in ein Restaurant, bestelle meine Lebensmittel in zubereitetem Zustand und gut isst. Du, du bestellst dir bei Ebay deine Lebensmittel vielleicht. Ja, ja. Das ist alles kein... Ja, dann sagt mir einer, der bei Ikea frühstücken geht. Mann, Mann, Mann. Bei Ikea. Die Junior-Chefin hat sich anscheinend neu eingekleidet. Sowohl Senior-Chefin als auch Junior, die beiden Ragges sozusagen, sind ja immer sehr apart. Apart. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist das klassische Wort. Sehr aparte Persönlichkeiten. Sehr aparte Persönlichkeiten und meistens auch sehr apart gekleidet. Ja, das stimmt alles. Das ist bis ins letzte Detail zwei fast heilige Erscheinungen. Ja, so kann man es wirklich sagen. Das macht das Hotel aus, das macht die Seele des Hotels aus. Dieses Hotel, hier ist nicht alles perfekt. Hier klemmt es auch schon mal, das Licht flackert auch schon mal. Eventuell liegt man auch in einem ganz anderen Zimmer, als man dachte. Aber nie in meinem Zimmer, wollte ich gerade sagen. Nur bei dir flackert das Licht, weil selbst das Licht wird nervös, wenn du reinkommst. Ja, ich war schon mal oben in der, die legendäre 807, das frühere Partyzimmer, was ja immer noch als Lotus-Suite, glaube ich, vermietet wird. Ist es nicht die Oriental? Oder Oriental. Und ich habe sie unbemerkt von der Geschäftsleitung hier im Laufe der Jahre umgebaut. Und das Ganze erstrahlt jetzt im Stadel-Look. In Fachkreisen wird es mittlerweile auch das Stangelwirtzimmer genannt. Ah, weil du, ihr habt natürlich da richtig Rock'n'Roll gemacht, Apfelschorle, verschüttet. Und der Lichtschalter abgeklebt. Über zehn Jahre war in dem Zimmer immer Champagneranstich im Oktober. Oh, herrlich. Und ich erinnere mich noch an einen wunderbaren Abend mit Micky Beisenherz, Manuel Neuer, unserem Nationaltorwart, und Michael Mittermeier hier unten an der Hotelbar. Irgendwann zogen Micky und ich uns zurück, um noch ein, zwei, drei Absacker in der 807 zu nehmen. Richtig. Irgendwann klopfte es an der Tür und Manuel Neuer und Micky Mittermeier standen vor der Tür und wollten weiter mittrinken. Herrlich. Manuel Neuer war so zwei Tage vorm Spiel mit der Nationalmannschaft. Ist aber jetzt auch schon zehn Jahre her. Ja, ja. Und auf meinen Einwand, sag mal, Manu, musst du nicht fit sein? Sagte er, ach, das ist ja erst in zwei Tagen. Übrigens ein sehr lustiger Zeitgenosse. Wir saßen unten an der Bar und irgendwann kam Martin und sagte so, hier gibt es nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu trinken. Daraufhin sagte Manu ansatzlos, dann nehmen wir viermal Currywurst. Super Typ. Damit begrüße ich unsere geneigten Hörerinnen und auch die Hörer. Mir gegenüber sitzt der Tausendsasser, die fast lebende Legende, der Mann des sanft und samtig eingeschwungenen Wortes, der Mann, der auch sich nicht scheut, einige Fragen zu beantworten und auch mal unbequem wird. Mir gegenüber sitzt kein geringerer als Till Hohneder. Ach so, doch ich. Ja, das ist eine zauberhafte Ankündigung gewesen. Ich komme immer mehr zu der Annahme, dass du wirklich jedes Mal von mir sprichst und rede mittlerweile mich auch selber nur noch so an wie eure Erfundenheit. Das gefällt mir sehr, wie du das machst. Ich muss dazu sagen, dass mir gegenüber, wie kann man aber Legende noch steigern? Du bist ja eigentlich schon der Mount Rushmore der Comedy. Du müsstest ja eigentlich in die Zugspitze gemeißelt werden, sozusagen. Sagen wir es mal so. Alles so wie Titanen, das trifft es ja. Du bist ja, glaube ich, nicht nur Besteiger sämtlicher Neuntausender. Ohne Sauerstoff, mit Sauerstoff, mit Zehen, ohne Zehen. Meine Damen und Herren, Bundestrainer, Weltmeister, Spielertrainer, Sichtungstrainer des 1. FC Libido. Ein Mann, für den eigentlich ein eigenes Sonnensystem gegründet werden müsste. Comedy, c'est moi, das sagt kein geringer als Atze Schröder, der 14. hier. Das gefällt mir gut, Atze Schröder, der 14. der Sonnen-Comedy-Gott. Mit anderen Worten, mir geht alles am Arsch vorbei. Mir ist wirklich alles scheißegal. Die können mir wirklich alle am Arsch legen. Und das ist auch gut so. Das soll so sein. Was mir wichtig ist, machen wir gerade hier, unser Podcast gehört zu den Sachen, die mir wichtig sind. Dann muss man wirklich auch direkt hier am Anfang schon sagen, wir hatten eine zauberhafte Begleitung. Jetzt benutze ich das Wort zauberhaft auch schon wieder inflationär. Eine hinreißende Person. Das gehört zu unserem Vokabular einfach. Genau, wir hätten den Podcast vielleicht auch die Zauberhaften nennen können. Aber eine hinreißende Person hat uns Gesellschaft geleistet beim Frühstück. Die einmalige und super süße, muss man ja auch schon dazu sagen. Wahrscheinlich ist sie sauer, wenn sie es dann hört, weil sie auch eine sehr gebildete und eine sehr meinungsstarke Person ist. Die Rede ist von Janine Reinhardt. Einigen bekannt vielleicht. Als Janine Ullmann auch bekannt. Später dann Janine Ullmann. Sie wurde ja geheiratet von, ach wie heißt der mit Vornamen, weiß ich gar nicht. Tees? Nee, das ist der andere Ullmann. Nein, aber sie war ja mit dem anderen Ullmann oder ist noch mit dem anderen Ullmann verheiratet. Zu Whomit May Concern. Und der ist Schauspieler, guter Schauspieler. Ja, guter Schauspieler. Schauspiel-Dynastie. Auf jeden Fall, Janine ist eine tolle Frau, das muss man schon sagen. Ja, wir hatten heute doch was. Wir hatten doch ein zauberhaftes Gespräch, schön gelacht. Weißt du, wer übrigens auch kein Platz weiter, also fast in 5 Meter Griffweite gesessen hat. In Griffweite, sehr gut. In Griffweite, ja. Ja. Aber nicht in Übergriffweite. Kati Witt. Das ist das Savoy. Da sitzt ein Goldmädchen Kati Witt. Du hast ja alles gewonnen. Alles. Ihre große Zeit war so 82 bis 88. Ja. Goldmedaillen. Bei Olympia mehrere Goldmedaillen. Ja, Sarajevo. Dann mehrfache Weltmeisterin gewesen. Dann ist sie Europameisterin oft gewesen. Ja, schon ganz schön abgeräumt. Ja, Wahnsinn. Aktuell mit dem erfolgreichen, berühmten Medienanwalt Dr. Christian Scherzer. Aha. Der auch mein Anwalt ist. Wie praktisch. Seine juristische Fachkenntnis wird nur von seinem, sagen wir mal, sehr straighten Faktorieren übertroffen. Aha. Aber es ist ja immer eine gute Zeit. Na ja, auf jeden Fall, hier war schon wieder ein großes Hallo im Frühstücksraum. Gibt's gar nicht, ne? Aber das ist toll. Da siehst du eine Goldmedaillengewinnerin. Eine Comedy-Legende. Alle sitzen sie da, ne? Ja, ja. Tatortstar hier, wie heißt er noch, aus München. Der war auch da. Leitmeier. Leitmeier. Berühmten Oliver Rohrbeck zusammen. Ja, da muss man jetzt, das muss man jetzt erläutern. Da sagt den meisten wahrscheinlich gar nichts. Aber wenn wir jetzt sagen, dass er einer von diesen drei Fragezeichen ist. Ja, der ist wirklich eine Legende. Ja. Das kann ich schon sagen. Einer der drei Fragezeichen-Sprecher. Als Kind, glaube ich, schon gesprochen. Angefangen in der Sesamstraße, eingesetzt worden als Kind für diese Storys, die gedreht wurden. Sehr guter Sprecher. Ja. Auch Hörbuch-Sprecher. Absolut zuverlässig. Sind gerade wieder auf Tour. Die größten Hallen der Republik werden gespielt. Kamen gestern aus Oberhausen-Köpi-Arena. Drei Fragezeichen. Ja, und mit dem standen wir noch lange an der Bar. Und haben Legenden ausgetauscht. Genau, Legenden. Und dass sich drei Opas erzählen vom Krieg. Ja, das wird ja auch ganz lustig. Ja, muss man ja auch wirklich sagen. Also hier im Savoy ist wieder die Hölle los. Wir sind mittendrin. Sitzen hier in diesem charmanten, samtigen. Und man muss für die Hörer dazu sagen, das Bett ist noch frisch. Es ist gemacht. Ja. Nicht so usselig wie sonst hier immer bei Till in der Bude. Usselig. Das ist doch ein tolles Wort übrigens. Usselig. Ja, finde ich auch. Wie sah der denn aus? Das ist so ein Wort, was meine Oma schon immer benutzt hat. Wie sah der denn aus? Ja, der war so ein bisschen usselig. Der Bart. Schau mal hier, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil ich das Gesamtausselement mal kurz beschreiben will. Das Bett gemacht. Vier Kopfkisten, zwei übereinander liegen nebeneinander. Nichts deutet auf die bevorstehende Hitze der Nacht hin. Und über dem Bett ist eine Japanerin, eine sehr anmutige Japanerin mit einem Sonnenschirm. Ja. Das ist also, wenn da die Fantasie nicht auf Reisen geht, dann weiß ich es nicht. Guck mal, allein diese vollen Lippen und dann dieser hochgezogene Kajal. Also toll. Fotografier das doch nachher mal. Ja. Und dann können wir das bei dir und bei mir auf der Seite posten, ja? Ja, das werde ich tun. Wunderbar. Wie das hier alles so stattfindet. Ja, ich mache das Foto schon mal. Ich hatte das noch. Aber jetzt, ich mache ja malerweise gerne auch immer mit meinen Gitarren irgendwie ein Foto, indem ich dir irgendeiner Buddha-Statue in die Hand drücke. Ja. Oder auch mal hier davor. Ja. Es ist aber auch. Ich habe dich mit Mikrofonen in der Hand mal mitfotografiert. Mach mal freundlich. Ach so, warte. Ja, warte. Dann muss ich die Brille abnehmen, weil ich bin einfach so verdammt eitel. Ja, leg dich mal ins Bett und spiel mal so ein bisschen an dir rum. Jetzt schon. Nee, da vielleicht nestle ich trotzdem dann lieber am Mikrofon. Ich habe erstmal eine Frage an dich. Ja. Wie ist es dir ergangen? Was macht das Leben? Bist du glücklich? Ja. Ja, ich bin im Augenblick sehr glücklich. Ich bin im Augenblick sehr bei mir. Das gefällt mir so gut. Du weißt, ich bin jemand, dem es schwerfällt, in der Mitte zu navigieren. Arbeitest du viel im Moment oder eher? Oder woran arbeitest du? Ja, ich war ja mit dir, habe ja sehr viel mit dir geschrieben in den letzten, oder was heißt geschrieben, das kann man ja schon gar nicht mehr nennen, das Widerschreiben, sondern wir suchen nach der Inspiration, wir reden so lange und versuchen etwas daraus zu extrahieren. Bis der Groschen fällt. Unser Schwerpunktthema im Moment so ein bisschen Paare, lange Beziehung. Wie lange gerade, ne? Ja, wie schafft man es lange, glücklich zu sein? Was muss man tun? Gestern Abend hatten wir noch leicht Champagner-selig über Charles und Camilla gesprochen. Oh ja. Und das ist ja eigentlich die größte Liebesgeschichte, die ich kenne. Weil die beiden so lange verbunden, dann gegen das ganze Land entschieden, ganz Großbritannien, hat ja Camilla erstmal über Jahre abgelehnt. Gehast. Ja, das Pferd, der Rottweiler. Der Rottweiler. So hat sie doch Lady Diana, hat sie so genannt, der Rottweiler. Ja, und trotzdem haben sie durchgehalten, ihre Herzen waren ja immer beieinander, aber die Queen war glaube ich auch gegen diese Verbindung. Ja, ich habe, siehst du, und das habe ich dir ja gestern schon erzählt, ich gucke zurzeit sehr gerne The Crown, diese Serie, weiß gar nicht, wie bei Netflix läuft, wie, glaube ich? Netflix oder Amazon, ist ja egal. Kann ich sehr empfehlen. Ja, weil, nicht weil ich jetzt Royalist bin und sage, ach guck mal hier, Lisbeth und Philipp und das ist ja alles schön, sondern weil mich die Banalität des ganzen Theaters völlig begeistert. Und damit meine ich einfach, und zwar habe ich eine Folge gesehen, die nannte sich jetzt in der dritten Staffel Mondstaub. Da ging es darum, dass Prinz Philipp die Astronauten von Apollo 11 so bewundert hat, meine Damen und Herren, ich halte mir hier Benjamin Blümchen im Badezimmer, gefesselt an einen Heizkörper. Ja, Prinz Philipp war so begeistert von dem Mond, weil das waren seine Helden, weil er hatte gerade eine Midlife-Crisis und er wollte die unbedingt kennenlernen. Und er sagte immer, ja, das ist es, Taten, ein Mann speist sich aus seinen Taten, nur wer tatkräftig ist und was anpackt der. Also von dir aus auf jeden Fall Sehempfehlungen beklauen. Ja, und da ging es eben darum, als diese Astronauten dann in den Buckingham-Palast kamen und er 20.000 Fragen hatte, was sie denn dachten, als sie auf dem Mond gelandet und ob Gott bei ihnen war und sowas alles, da saßen die dann nur, waren am Niesen und sagten immer, stimmt das, haben sie hier 1.000 Zimmer? Sind die Gänge wirklich 8 Kilometer lang? Kennen sie alle, die auf dem Gemälden sind? Und da siehst du, es ist immer eine Frage des Standpunktes. Ja, ich selber war gestern noch auf einer Gala. Ja. Die Frau von Heiner Kampst. Das muss man vielleicht erklären, Gala-Auftritte musst du vielleicht mal erklären. Achso, ja, das sind dann meistens entweder Firmenfeier oder private Feiern, wo man dann engagiert wird, eine halbe Stunde oder wie gestern Abend 20 Minuten, noch ein paar Schmankel reinzuhauen, dass die Hütte immer wieder ein bisschen tobt. So, die Frau von Heiner Kampst, das ist ja Bäckereikönig, der mittlerweile, glaube ich, zu Barilla gehört, wie auch immer, einer der reichen Leute in unserem Lande, früher Eishockey-Torwart gewesen. Bevor er angefangen hat, Bräuchchen aufzubacken. Ja, auf jeden Fall, sehr angenehmer Typ, sehr reicher, sehr angenehmer Typ und seine Frau Ella wurde 40. Aha. Ella, sehr hübsche, sagen wir mal, in Luxuskleidern gewanderte Dame, saß da neben ihm am Tisch. Alle waren da. Also es waren nicht die Taco-Leggings. Nee. Es waren wahrscheinlich Leggings, aber eben nicht von Taco, sondern eher von Chanel. Und es war alles da. Draußen standen schon die Maybachs, die S-Klassen mit Fahrer und so von der Bühne. Ich wusste ja gar nicht, wer da ist. Ich kam an und eine Minute später war ich schon auf der Bühne. Und zack, Verona Poth saß direkt vor der Bühne. Alte Freundin des Hauses hier. Wir kennen sie ja beide gut. Dann, wen habe ich gesehen? Clemens Tönnies, Nips Gattin. Franzi von Amst. Der Schweinepriester. Ja, genau. Der Zerleger. Der Abdecker. Da konnte ich natürlich auch noch ein paar Witze machen. Dann Franzi von Amstig und ihr reizender Lebensgefährte Jürgen Harder. Ja. Die haben mich später noch am Parkplatz abgefangen, weil wir uns wenigstens noch einmal in den Arm nehmen wollten. Ich kenne die beiden sehr gut. Beide auch tierisch in Ordnung. Ja, da habe ich kurz gespielt und dann haben wir uns ja hier im Savoy wieder getroffen. Ja. Aber was ein bewegtes Leben, du Scheiße. Im Moment ist so viel los. Ich mache ja auch so viel Promo für meine Tour und bin hier, bin da. Heute Morgen hatte ich schon ein WDR 2 Interview wieder. Auf allen Sendern. Ja, aber dann weiß man echt nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Deswegen, ich bin froh jetzt hier mit dir zu sitzen. Aber wir haben ja neulich über Instagram wieder eine Frageaktion gestartet. Ja, kam da was? Ja, jede Menge Fragen um Gottes Willen und wir haben den Auftrag bekommen, in dieser Jubiläumsausgabe tatsächlich diese Fragen zu beantworten, weil, da muss ich jetzt auch mal entschuldigerweise sagen, wir hätten sie ja sonst nicht stellen müssen. Ach ja, das ist ja gut, da schießt doch mal los. Ich bin gespannt. Ja, ich habe das alles hier, mal gucken, wie weit wir kommen. So. Als Spiritus Rektor. Es geht los. Wie viel Wahrheit steckt in dem Buch über Ute? Finde euch zauberhaft und unterhaltsam. Danke fürs Kompliment. Ja, es steckt eigentlich viel Wahrheit drin, aber es sind verschiedene Geschichten, die wir zusammengefügt haben. Das sind teilweise deine Erfahrungen, teilweise meine Erfahrungen. Ja, absolut. Der Name Ute ist zufällig. Wir haben einen Namen gesucht. Ja, wie kann eine Waldorflehrerin heißen? Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, die heißt bestimmt Ute oder, was sind noch so, Kim, vielleicht auch Britt. Es hätte auch Britt halt. Und dann kam Britt, aber Ute klingt besser. Aber Britt klingt ja auch nicht schön. Britt ist einsilbig. Einsilbig und Ute, so ähnlich wie Uw, Ute, Ute, Mama Ute, Mama Ute, Mama Ute. Der steckt sehr viel Wahrheit drin in dem Buch, denn nehmen wir nur einfach mal die Geschichte, wie Atze den Sohn von Ute aus dem Kindergarten abholt. Das ist ja, das kann man ja sagen, das ist ja eins zu eins das, was ich mit meinen jüngsten Kindern im Kindergarten erlebt habe. Genau, das sind deine Erfahrungen mit deinen Kindern. Ja, wo wir einfach Atze als sozusagen Punchline-Geber eingebaut haben, der dann sagen darf, was ich mir natürlich verkniffen habe. Genau. Oder die Metzgerei, wie hieß die noch? Umelmann. Umelmann, die gibt's wirklich. Ja, die geben sie wirklich hinhaben, natürlich. Die Würstchen. Oder die Geschichte, wie Ute mit Atze in Düsseldorf in diesem Fein-Baby-Laden ist. Ja. Der Kinderwagenkauf. Genau. Wir haben noch, das mal zum Thema Wahrheit, wir haben in Düsseldorf im Interconti geschrieben. Genau. Super. Brian Adams kam noch. Der Boxer Felix Sturm. Adnan Katic. Adnan Katic. Wir hatten einfach eine lustige Zeit in diesem Hotel und gehen eines Tages über eine Parallelstraße zur Königsallee und stehen vor diesem wahnsinnigen Baby-Laden, wo so ein Kinderwagen drei Mille kostete. Ja, so ein Baby-Laden für Reiche. Ja, ja, Ack-Boots für Kinder. Die noch nicht laufen können. Ja, ja, so ungefähr. Was kosten die Stiefel hier für Babys? 280 Euro sind die denn wahnsinnig. Und wir sind natürlich gleich reingegangen. Haben uns da so ein bisschen beraten lassen und uns umgesehen und tatsächlich haben wir dann am nächsten Tag gesagt, komm, da geht Atze mit Ute rein. Ja. Und sie will eigentlich nur was Billiges haben. Ach genau, sie ist ja hochschwanger. Ja, sie will was Billiges haben. Und Atze sagt, da darf man nicht spaßen. Ja. Wir müssen den besten Kinderwagen der Welt haben. Ja, weil sie ja wollte ja einen bei Ebay Kleinanzeigen kaufen. Ja, da kannst du nicht so einen versifften Milkenkutter aus irgendeiner Essener Favela rausziehen. Das arme Kind. Da ist meine Erfahrung da wieder mit drin. Ich habe damals, meine Cousine bekam ein Kind. Der Vater hatte sich, das Kind war nicht auffindbar, sagen wir es mal so, um die Geschichte abzukürzen. Und damals habe ich wirklich, das war noch zu D-Mark-Zeiten, habe ich wirklich im Secondhand, Ebay gab es ja noch nicht, so einen Korb-Kinderwagen gekauft für 50 Mark. Und sie wurde, und damals war das wirklich undenkbar, so einen Kinderwagen zu haben. Ja, und die fuhr da mit diesem Korb-Kinderwagen durch. Und es ist oft angesprochen worden, warum sie den schönen Kinderwagen ernährt. Ehrlich? Der ist ja so richtig im Retro-Look, aber der war einfach nur alt. Das war im Prinzip ein Einkaufskorb mit Rädern. Ich muss dir mal hier ein bisschen Wasser einschicken. Und das Kind ist ja, ist heute verhaltensgestört. Nee, dem geht es gut und macht seinen Doktor in Luft- und Raumfahrttechnik. Das hat nur eine Ratternallergie. Das ist ein Team und sobald sie irgendwas Ratternartiges sieht, hat sie Angst. Das Kind gibt Gas im Leben, falls er nie wieder da landen will. Nein, es geht auch. Ich bin genau das Gegenteil gewesen. Als meine Kinder, damals war ich ja 24, als meine erste Tochter geboren wurde. Und ich habe nur das Beste gekauft. Ich habe tatsächlich, dann hieß es, womit wischt man dem Kind den Hintern ab? Und dann habe ich irgendwie so eine Zeitschrift Ökotest gekauft. Und da stand dann drin, da dürfte man nur mit Logona Kräuteröl machen. So alle Hebel wurden in, alle Landsknechte wurden in die Welt gesandt, um dieses Öl zu kaufen. Und da bin ich in die Apotheke, werde ich nie vergessen. Da bin ich in die Apotheke, Südapotheke haben gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne Logona Kräuteröl oder sowas. Und da guckt ja der Typ mich an und sagt, ja, was wollen Sie denn damit? Und ich so, ja, das ist für meine Tochter. Ja, aber da können Sie doch, da können Sie praktisch mit Speiseöl den Hintern abwischen. Das ist alles gut. Und ich so, nein, das geht nicht. Und da sagt er, bitte, bitte. Weil ein Fläschchen kostete zwölf Mark. Zwölf Mark. Und die gab es aber einzeln gar nicht. Also habe ich für 60 Mark zum Arsch abwischen sozusagen. Und so ging das eigentlich bei mir nur weiter. Wenn das Paidi-Bettchen nicht von Stiftung Warentesten sehr gut hatte, Wahnsinn. Ich habe keinen Aufwand betrieben. Ja. Ich habe eigene Badewannen bauen lassen und was weiß ich nicht nur alles. Nur das Beste für das Kind. Ja, und meine Patenkinder hatten von allem immer nur das Billigste. Auch Kleidung. Entweder wurde das von einer Cousine oder vom Cousin vererbt. Ja. Oder irgendwo in so einem Billigladen gekauft. Auch die Jacken, alles vom Billigen. Ich kann dir sagen, je älter ich wurde und je mehr Kinder ich bekam, desto mehr legte sich das übrigens auch. Den Kindern selber ist es ja auch wirklich scheißegal. Nur manchmal, wenn ich meine älteste Tochter heute sehe und die dann sagt irgendwie, ach, hier die Kleinen haben es gut. Und dann sage ich immer, du hast keine Ahnung, was für ein Aufwand um dich betrieben worden ist. Das ist ein bisschen heute so anspruchsvoll. Ja, ja, natürlich. Ich habe mir extra für Sie ein neues Auto gekauft. Das gibt es überhaupt gar nicht. Wie ein neues Auto, ein größeres Auto. Ich hatte so einen kaputten alten VW Passat Kombi. Ja, Selbstbord. Ja, ich konnte das praktisch nicht ertragen. Das ist das Kind in dieser Blechhundnöte. Und dann habe ich mir so lange gespart, bis ich mir ein Saab 900 gekauft habe. Aha. Also, weil das war ganz klar. Viertürer? Zweitürer. Ach so. Das ist natürlich mit dem Kind ein bisschen lässig. Ja, aber Viertürer sah so scheiße aus. Ach so. Verstehe. Das Kind war dir scheißegal. Nein. Das sah es ja hinten total sicher. Ja, aber das ist doch auch schwierig, beim Zweitürer das Kind immer hinten rauszusetzen. Ja, deswegen habe ich hinterher irgendwann einen Viertürer gekauft. Auch ein Saab? Lass mich raten, ein Volvo. Ja. Du bist doch ein typischer Volvo, Papa. Ja, erstmal der Saab hatte natürlich damals so Querträger in der Tür, Sitzheizung serienmäßig und galt als das sicherste Auto. Und als dann der Volvo rauskam, der als erstes Auto der Welt serienmäßig Seitenehrwächs hatte. Ah. Du kannst dir ja vorstellen, was passiert ist, ne? Natürlich. Für mein Kind ist mir nicht zu schade. Bin sofort zum Volvo-Händler gegangen und hab gesagt, hier, den. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Was war nochmal die Frage? Wie viel Wahrheit steckt in Ute? Sehr, sehr, sehr viel Wahrheit. Aber wir können ja zu jeder Geschichte, es gibt ja auch, ganz kurz nur angerissen, ich will sie nicht wieder auspacken, die Geschichte. Es gibt ja auch noch die Episode, sechster Stock, KDW, Delikatessenabteilung, Flirtfaktor 10 in Berlin alles. Ja. Wo ich die zwei Schönheiten kennenlerne und die losschicke, sich Bikinis zu kaufen. Ja, ja, ja. Und die Geschichte stimmt auch im Kern. Also wir haben natürlich, wir haben uns richtig krachen lassen. Ging ja bei uns so weit, dass wir gesagt haben, es gibt eine vierte Etage unter dem Flughafen Tempelhof, wo der Milliardär Howard Hughes sich Waikiki Beach hat nachbauen lassen. Ja, und sie haben es uns abgenommen. Ja, und wir haben doch, den Zugang zu dieser Etage kriegt man doch nur, wenn man am Columbia-Damm die U-Bahn-Station 100 Meter die Gleise entlang geht und dann auf den Aufzug dreimal drückt. Richtig. Und Thomas Herrmanns, ohne Scheiß, hat mich gefragt, wie oft man nochmal drücken müsste. Er wollte sich das jetzt mal ansehen. Er hat das auch geglaubt. Ja, natürlich. Oder diese Geschichte mit den drei Apartments im Adlon, die von der Bundesregierung angemietet sind und wo schon seit Jahren keiner wohnt. Aber wenn man die Sekretärin vom Innenministerium kennt, alles Geschichten, die im Kern stimmen. Ja, ja, wunderbar. Und ich wurde auch gefragt, ob wir eigentlich immer noch, wenn wir in Berlin wären, im Adlon würden und ob das Code-Wort noch funktionieren würde. Könnte man mal machen. Sollen wir dich demnächst mal eine Folge im Adlon aufnehmen? Ja. Das ist doch nach deinem Guss so, diese Idee, oder? Ja, kauft euch dieses wunderbare Buch und dann kam Ute. Ich glaube sogar, dass es im Vorwort steht, dass in jeder Geschichte ein Körnchen Wahrheit ist und das kann ich hier nochmal bestätigen. Könnte man eine Lesereise mal machen wieder mit den beiden Büchern. Du liest sie ab und zu in deinen Lesungen. Ab und zu lese ich eine Geschichte davon bei den Silberrücken, wenn ich mit Thorsten Sträter die Silberrücken-Lesungen halte. Und ich bin am 15. Dezember in der Bullerei, da ist Weihnachtsleserei und da werde ich auch aus Ute lesen. Ja, solltest du unbedingt machen. Ja. Ja, nächste Frage. Nächste Frage. Was sind eure zukünftigen Ziele? Naja, überleben. Ich will einfach nur leben. Ja, ich auch. Ja. Ich möchte einfach nur jeden Tag. Also, ich kann es dir sagen, noch mehr Spaß haben. Statistisch gesehen. Sag das böse Wort. Ja, warte. Warte mal. Statistisch gesehen, ich werde jetzt 54. Wie alt wären Männer eigentlich statistisch gesehen? 78? Boah, ich meine auch 78, aber es ist natürlich steigende Tendenz. Aber Frauen werden immer älter. Also, wenn ich jetzt statistisch gesehen noch 34 Jahre habe, dann kann es nur heißen... 34 bis 78? 24, ne? 78, nicht 88, ja, 24. Ja. Achso, ich war schon bei 88. Nein, du hast zehn Jahre weniger, als du dachtest. Oh Gott. Ja, jeden Sommer weniger. Leute, die Losung kann heißen, noch mehr Spaß, noch mehr Eskalation, noch mehr Party, noch mehr Genießen von allen. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Genau, endlich mit dem Rauchen anfangen. Ja, das ist die Devise. Leute, lasst es krachen. Es kann jeden Tag vorbei sein. Ja. Ja. So, warum ist Atze nur so eine coole Sau? Das sind natürlich Fragen. Ja, die können wir überspringen, das kann man ja selber wohl nicht beantworten. Leute, ich bin alles andere als cool, wirklich. Wirklich. Ich bin wirklich alles... Ich finde cool sein auch nicht erstrebenswert. Ja, es ist... Herzlich sein ist... Großes Herz ist erstrebenswert. So, weiter. Lieber zärtlich oder wild über den Küchentisch? Ja, da muss ich ja mal ganz klar sagen, da spreche ich jetzt mal für alle Frauen in diesem Lande, mal hart, mal zart. Ja. Also, beides. Wie jeder Mensch hat zwei Seiten und mal braucht man es ein bisschen härter und mal ein bisschen zärtlicher. Leute, ich gebe euch mal einen ganz guten Tipp. Fragt doch mal den anderen, was er gerne will. Sprecht doch mal darüber. Kommunikation ist das A und O. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, woher wollt ihr wissen, dass sie zum Beispiel einfach mal ordentlich durchgerappelt werden will, während die Waschmaschine ihren Schleudergang bei 1400 Umdrehungen hat. Ja. Das werdet ihr nicht rausbekommen, wenn ihr nicht mal fragt. Oder wenn nach dem Essen mal einfach abgeräumt werden soll, wie in einem dieser Filme, wo auf einmal hier Michael Douglas, wusch, alles weg und Sharon Stone, bam, auf den Küchentisch und dann aber auch Heidewitzker, Leute, ihr werdet es nicht erfahren, wenn ihr nicht drüber sprecht. Also, ja, ist so diese alte Geschichte, ne? So, Pärchen ist am Rappeln. Sagen wir mal beide so um die 50. Dann kommt die Geschichte, glaube ich, am besten. Sind auf dem Sofa am Rappeln. Er nagelt sie von hinten und sie haut mit ihrem Kopf immer gegen die Lehne, gegen die Holzlehne von dem Sofa. Ja, und damit es schneller geht, stöhnt sie. Und er denkt sich, oh, das scheint dir zu gefallen. Und nimmt ihren Kopf und haut ihn noch mehr auf die Lehne. Sie stöhnt noch lauter, damit es schnell vorbei ist. Er denkt, oh, typisches Missverständnis. Ich kann nicht mehr. Kennst du die Geschichte nicht? Jürgen von der Lippe hat die gerne mal erzählt. Also, er nimmt ihren Kopf, haut ihn noch auf die Lehne und sie denkt, hoffentlich ist es schnell vorbei. Ich stöhne mal, dann kommt er schneller. Und er denkt, oh, wenn es ihr so gut gefällt, dann gebe ich mal noch mehr Gas. Ja, Leute, bitte. Einen Grund mehr, sich mal beim Gegenüber zu erkundigen, ob das denn auch alles so in Ordnung ist. Ja, und dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass es manchmal hart sein muss und manchmal zart, manchmal wild, manchmal kuschelig. Ja, und es gibt ja auch solche und solche. Manche brauchen es hart und manchmal härter und so weiter. Der liebe Gott hat da tausend Versionen, ach, was weiß ich. Ja, reden, 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 reden. Bekommen wir als Weihnachtsgeschehen. Sagt man ja, die vier Säulen einer perfekten Beziehung. Reden, reden, reden. Nein, nein, zusammenleben, sich gegenseitig gut finden, reden ohne Ende, also labern ohne Ende und das eine, das... Rappe. Knicknack, ja, und Rappe. Ja. Ich glaube auch, also, und das meine ich wirklich ernst, in dem Moment, wo man sich nicht mehr begehrt, ist alles zu spät. Ist alles zu spät. Das ist meine Meinung. Leute, hört nicht auf, euch zu begehren. Ja, was glaubst du denn, warum Pärchen zusammenbleiben, die sich nicht mehr begehren? Weil, das kennt man auch von seinen Kindern noch, weil manchmal, wenn man einfach in der vollgeschissenen, warmen Windel sitzt, Komfortzone, dann ist das eben halt auch so eine Art Komfortzone. Lieber, lieber mit dem dicken Haufen auf der prallen Windel sitzen bleiben, weil das kennt man ja. Und da gewöhnt man sich. Das ist der Tod jeder Beziehung. Ich halte davon gar nichts. Ja, da gibt es ja verschiedene Bilder auch zu dem Thema. Es ist die Angst vor Unbekannten, ne? Ja, dass man sitzt vielleicht im falschen Zug, das Bild ist mir so geläuft, man sitzt im falschen Zug, wechselt aber nicht, weil man eventuell eine Stunde auf dem kalten Bahnsteig stehen müsste. Ja, oder viele stellen Fragen und haben eigentlich Angst vor der Antwort. Möchtest du, möchtest du es auch mal ganz wild machen? Und sie guckt vielleicht dann und sagt einfach, um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Das würde ja schon wieder heißen, dass man sich schlecht fühlen muss, dass man vielleicht den Gedanken hat, dass man es mal eben mal auf der Waschmaschine treiben möchte oder dass es mal auf dem Küchentisch sein soll. Oder dass man vielleicht auch einfach mal nur einen wunderbaren Kuschelabend haben möchte. Ja, aber es gibt ja auch zig Filme zu dem Thema. Oft ist der Point of No Return überschritten. Ja. Das heißt, es ist eine gewisse Sprachlosigkeit, was dieses Thema angeht. Aber wie kann man dies wieder zum Thema machen? Das ist schwierig. Es geht nur mit reden. Den anderen sehen, den anderen wahrnehmen, respektieren, ihn in seiner ganzen Verdorbenheit oder in seiner ganzen Schüchternheit. Ja, aber wenn du jetzt fünf Jahre nicht drüber gesprochen hast, über dieses Thema. Und fängst dann beim Frühstück auf einmal damit an. Übrigens, wo du da gerade dir dieses Riesenbaguette so lustvoll abbeißt. Genau. Oder wir hatten noch fürs Programm dieses Beispiel. Vati liegt im Bett und hat den Schlawi schon auf Halbmaske flackt und klopft mal vorsichtig an bei Mutti und die sagt, du, ich muss morgen früh raus. Nächstes Jahr. Ja. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht auch mal beraten lassen. Mal nicht ganz im Ernst. Das ist, wenn so eine Sprachlosigkeit eingesetzt hat, dann hilft vielleicht auch mal eine Paarberatung. Paartherapie. Super Sache. Psychologe, Sexualtherapeut, was auch immer. Ja, 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 Leute. Ist völlig geläufig mittlerweile, muss man sich nicht für schämen. Hauptsache zu Hause läuft die Maschinerie wieder. Ja, ja. Wir sind alle ein bisschen Ballerballer. Man kann das ruhig machen. Ja. Till und ich kuscheln uns ja auch immer wieder zusammen. So, genau. Eigentlich ein gutes Thema, weil unser Podcast ja auch zärtliche Cousinen heißt. Ja. Wir müssen eigentlich viel öfter darüber reden. Ja, aber wir sind, guck mal, wir lassen es ja auch an Zärtlichkeit. Wir sind gestandene, naja, das will ich gar nicht sagen. Wir sind. Alte weiße Männer. Wir sind, wir scheuen uns ja gar nicht davor, Liebesbekundungen uns gegenüber zu machen. Wir schicken uns per SMS Herzchen. Wir schicken uns Kussmünder zu. Wir nehmen uns wirklich in den Arm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sowas macht. Wie will man sonst eine Nähe aufbauen? Wie will man jemand sonst signalisieren, ich mag dich, ich sehe dich, ich höre dich. Was sind das denn für Menschen, die Beziehungen haben? Betrachten die sich denn als Staaten? Die berühren sich nicht. Die entführen sich höchstens. Die enden wie Diplomaten. Wenn du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Ich möchte jeden, ne, ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist nie zu spät, das zu probieren. Das zu kapieren oder zu probieren? Das zu probieren. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist ein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein. Siehst du, da kommt, wir werden wie Riesen sein. Und ich habe früher immer verstanden, wir werden belesen sein. Ja. Du schenk mal den Riesling ein. Ja. Uns ist die Welt zu klein. Ach guck mal, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Da ist eine Zeile drin. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Leute, da ist es. Ich brauche jeden Morgen deinen Nachtgeruch und keine falschen Wimpern auf dem Kissen. Ein toller Text. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Das ist es. Leute, die Zeit rinnt dahin und jeder Tag, den ihr länger wartet, habt ihr Glück auf dem Gewissen. Ja. Nochmal, was ist das Ziel? Leute, das Ziel ist Liebe, Liebe, Liebe. Sprecht euch, sucht euch einen, den ihr lieben könnt. Und redet mit den Leuten. Lasst es sie wissen. Und es ist egal, welche Beziehung. Es ist egal, ob zwei Frauen, zwei Männer. Ja, scheißegal. Drei Frauen. Drei Kamele. Völlig wurscht. Oder drei Japanesen mit dem Kontrabass. Scheißegal. Lasst es krachen. Das nutzt das eben verdammt echt. Ja. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Stell dir mal vor, du bist 80 und sitzt da und denkst, scheiße, ich habe diese ganzen Gelegenheiten ausgelassen. Ich habe so viel eigenes Glück auf dem Gewissen. Ja. Wenn du da nur noch sitzt und denkst, warum habe ich eigentlich an der Stelle nicht das gemacht? Warum habe ich an der Stelle nicht das gemacht? Warum bin ich da nicht abgebogen? Hätte ich die nicht damals diese tolle Blondine küssen müssen? Ja, und Ehrlichkeit dem Partner gegenüber ist ja auch Respekt. Auch wenn es weh tut. Ja, ja. Respekt, wirklich. Ja, ja, ja. Und, Leute, ganz wichtig, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Jetzt sind wir ja schon wieder beim Thema Womanizer. Erhalten die Freundschaft. Ja, es geht auf Weihnachten zu Männern. Ja. Dieser Womanizer, bitte mal googeln. Ja. Und Lars Küssler, das ist kein kleines Geschenk. Gave you. Ja, ja. War hart. Ja, ja, gave you, gave you my, das ist einfach so. Aber egal. Ey, wie wir uns noch begeistern können, wie viel Leidenschaft noch in uns steckt. Ja, absolut. Wahnsinn. Und das lasse ich mir von niemandem kaputt reden. Es gibt 20 Körpersäfte. Ja. Nur mal so als Tipp. Probiert sie alle, bitte. Und dieses Zimmer, das schreit danach mich am Arsch. Beziehungsweise, nein, das war jetzt keine Aufforderung. Nein, das ist alles wunderbar. Hier wird, ach, wie viele Liebesgeschichten sind hier schon geschrieben worden. Ist doch auch geil. Also, lieber zärtlich oder wild über den Küchentisch. Ich denke, das haben wir weitreichend beantwortet. Bekommen wir als Weihnachtsgeschenk die Slip-Story? Ja, ja, so ganz kühn sage ich jetzt mal zu. Ich wollte sie dramaturgisch ein bisschen aufbereiten. Damit sie auch spannend ist. Mache ich. Machst du. Okay, dann haben wir das abgehakt. Zu Weihnachten gibt sie dann. Ja, ja. Warum war mit Till und Obel irgendwann Schluss? Ja, Leute, das ist relativ einfach zu beantworten. Weil nichts ewig ist. Das ist ein Punkt. Das ist mir zu rudimentär. So ein paar Tipps brauchen wir schon, warum es jetzt vorbei war. Also, warum war das? Ich kann da nur für mich sprechen. Ich kann da nur für mich sprechen. Und ich habe nicht begriffen, für meinen Teil, dass der Obel ein wichtiger Teil dieses Konstrukts Till und Obel war. Obwohl es eigentlich schon namenstechnisch mehr schon hätte klar sein müssen. Ihr wart sehr unterschiedlich. Ja, wir sind Feuer und Wasser. Also wirklich das Klischee, wir sind Feuer und Wasser. Und dies, wann ist, wie alt wart ihr? Wir sind wie Feuer und Wasser. Seid ihr gleich alt? Fast, ja. Ein Jahr trennt uns, glaube ich. Und wie alt wart ihr, als das begann, Till und Obel? Oh, äh, 20, 21. Und das hieß dann auch Till und Obel? Ja, das hieß schon immer Till und Obel, ja. Okay, gut. Dann wie viele Jahre zusammen? Alles in allen 14 Jahren, glaube ich. An welcher Stelle habt ihr festgestellt, das geht hier nicht mehr mit uns? Ich würde sagen, eigentlich hätte uns das klar, das wurde uns zum ersten Mal 93 klar. Da haben wir es auch kurzzeitig sein gelassen. 94, erste Reunion. Habt ihr euch wieder zusammengerauft. Und nichts aus den Fehlern gelernt. Wie gesagt, ich kann hier nur für mich sprechen. Obel muss das selber für sich beantworten, aufarbeiten, was auch immer. Ihr kamt einfach miteinander nicht mehr klar. Nein, und ich habe nicht gesehen, was ich hätte tun können, sollen, müssen, um meinen Teil dazu beitragen müssen, dass es hält. Ja. Die Fronten waren verhärtet. Ja, aber dazu war ich nicht in der Lage, war ich zu dumm, zu eitel, zu selbstgefällig, zu von allem etwas. Aber du bereust es auch nicht. Ich bereue, dass ich habe das mal bereut, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das ja nicht mehr ändern. Ich habe meine, die Leute, denen ich in diesem ganzen Zusammenhang vielleicht wehgetan habe oder die ich vielleicht falsch behandelt habe, bei denen habe ich mich entschuldigt und habe die Sache gerade gezogen, was mir sehr wichtig ist, weil du kennst mich. Wenn ich Scheiße mache, bin ich der Erste, der gerade steht, der aufsteht und sagt, der geht auf mich. So bin ich nun mal. Das tut mir sehr leid. Und ab dann war ich fertig damit. Heute bereue ich, heute bin ich durch damit. Es ist alles schön gewesen. Es gehört zu meinem Leben, aber ich genieße das Leben heute viel, viel mehr und ich bin heute glücklicher als damals. Sehr gut. Gut beantwortet. Punkt. Ja, nächste Frage. Schon mal gekifft? Ja, natürlich. Oft. Ja, nicht so oft. Also ich nicht so oft wie Till. Was? Nee, nein, weil ich ja ein Nichtraucher war. Bei mir ging das immer dann sofort auf die Lunge. Ich habe es einfach nicht vertragen. Ja. Ich möchte hier natürlich einfach nur sagen, bitte, liebe Kinder zu Hause, mach das nicht. Das ist nicht gut. Nee, was immer wieder vergessen wird, ist... Es macht blöd. Ja, es macht blöd. Es wird verharmlost. Ja. So, man sagt ja, wenn man jeden Tag eine Flasche Schnaps trinkt, ist ja auch schade. Das stimmt. Ja. Deswegen trinken nicht jeden Tag eine Flasche Schnaps. Aber die Kifferei ist oft der Start in der Psychose. Ja. Und die Hälfte der Patienten in unseren Landeskrankenhäusern kommt wirklich über die Droge, ne? Ja, Kiffen wird einfach, das kommt durch die ganzen Kifferfilme und sowas, also diese Kifferromantik. Das ist alles witzig so, ne? Soll das alles so ein bisschen witzig sein und cool sein? Gibt das haben frei. Ja, ja. Gibt das... Und ich muss einfach, ich bin der festen Überzeugung, weil es auch Studien hergegeben haben, dass es gerade bei Jugendlichen extrem aufs Gehirn geht. Ja. Man sieht es auch, ne? Und die Schaltungen... In so Hirnscans, ne? Ja, ja. Leute, Finger weg. Auch wenn wir die Frage mit Ja beantworten, bitte, lasst es sein. Ja, ja. So ein Typ wie ich, der kann mich ganz so mit Neutronen beschießen. Der Keith Richards aus Deutschland. The Cockroach. Ja, oder... Ah, ich weiß, ein schönes Beispiel. Und zwar der Motherhead-Sänger Lemmy Kilmister war bei Lanz eingeladen. Ja. Und zwar auch besonderen Wunsch vom Produzenten der Sendung, von Markus Heidemanns. Der wollte ihn... Liebe Grüße an Markus. Ja. Markus Lanz selber wusste wahrscheinlich gar nicht, wer Lemmy ist. Auf jeden Fall... Doch, Lemmy und die Schmöker kannte er. Ja, es war... Lemmy soll mit 70 gestorben. Es war... Der war ja so 65, 66. Und was keiner bedacht hatte, war, Lemmys Knie waren schon kaputt. Und er wurde im ersten Stock untergebracht und musste die Treppe dann wieder runter zum Stuhl. Der war auf 180. Er hat getobt vom Wut. Und mit einem gut gelaunen Lemmy ist ja schon schlecht Kirschen essen. Ja. Und dann sitzt er da und Markus Lanz, tolle Talkshow, aber das Gegenteil quasi von Lemmy. Also gar kein Rock'n'Roll trifft auf totalen Rock'n'Roll. Und die erste Frage war, Herr Kilmister, es ist doch... Er hat ihn gleich gesiezt. Und das war natürlich schon... Er war schon unten durch. Lemmy hat ihn angeguckt mit einem tödlichen Blick. Und Markus sagt, ja, Herr Kilmister, es ist ja so, niemand wird bestreiten, dass Sie die meisten Drogen genommen haben. Die meisten Frauen, sie haben den meisten Alkohol gesoffen, sie waren am meisten auf Tour. Wie hält man sowas aus? Und Lemmy schaut ihn nur an und sagt, Junge, ich werde es dir nicht verraten, du würdest dran sterben. Und so ist es. Einige können es ab und andere eben nicht. Ja, wobei wir uns jetzt hier nicht an dem Markus Lanz-Bashing beteiligen wollen. Nein, 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 absolut. Deswegen habe ich... Ich mag die Talkshow auch. Wir beide mögen Markus Lanz sehr gerne. Und der ist eine harte Sau, ne? Harte Sau, feiner Kerl. Ja, schlau. Schlau, smart, sehr nett. Aber das Gegenteil eben von Lemmy Kilmister. Manieren, ja. So, so. Wer hat die bessere Frisur? Och, Kinders, bitte. Ich habe A, keine Frisur und B, ist damit auch schon alles beantwortet. Was macht ihr am liebsten beim Sex? Also, darf ich das beantworten? Ja, bitte. Immer am liebsten Sex beim Sex. Also... Ja, wie? Ich verstehe auch nicht am liebsten. Was kann man denn außer Sex... Ich sehe das auch so, digital. Kein Sex, schlecht. Ja. Sex an, super. Ja, was soll man da auch antworten? Ja, ich huste gerne mal, oder... Ich springe gern vom Schrank. Ja, den Dreier. Ich springe gern vom Dreier. Keine Ahnung. Leute, bitte. Contenance, reißt euch zusammen. Welche Bücher haben euch nachhaltig beeindruckt? Oh, da fängst du an, weil du bist der Belesenere von uns beiden. Das möchte ich bezweifeln, aber ich liefere dir jetzt eine Steilvorlage, weil wir beide unseren Humor daraus geschöpft haben. Wir haben alles von Efraim Kichon gelesen. Absolut. Und wer unseren Humor so beobachtet, merkt auch immer wieder Spuren davon. Also vor allem die Techniken, die Humortechniken von Efraim Kichon, der unerwartete Witz, der übertriebene Witz. Die Kichon-Wende. Die Kichon-Wende, die Fallhöhe unendlich erhöhen, um dahinter einfach den Stecker zu ziehen. Herrlich. Ja, diese ganze Nummer, um das konkret mal darzustellen, dieses jemanden in einem Stand-Up zu loben, zu loben, zu loben, ihn noch höher zu machen, größer zu machen, um dann auf einmal ganz unvermittelt zu sagen, was für ein Arschloch ist die Kichon-Wende. Das entspricht übrigens auch sehr natürlich klar, weil jüdischer Humor dem Woody-Ellen-Humor, der nochmal in einer anderen Prägung, aber so von der Grundausrichtung ist das auch schon so. Ich darf die Geschichte kurz erzählen. Woody-Ellen ist einfach ein guter Autor, wie er als Mensch funktioniert, soll jeder selber beurteilen, da steht mir kein Urteil zu, aber er ist als Autor wirklich absoluter Hammer. Es gibt eine Geschichte, eine Jüdin ist schwanger, ist hochschwanger und es gibt einen Rabbi, der lebt in Paris, das ist der Oberrabbiner der jüdischen Weltgemeinde, der ist der belesenste, der schlauste, der hellste Kopf unter den Rabbinern und man kriegt eigentlich keine Audienz bei ihm. Aber diese Jüdin schafft es eben doch. Und es wird über Seiten beschreibt Woody-Ellen, wie schlau dieser Mensch ist, wo der überall studiert hat, wo er gelehrt hat. Und er ist wirklich, es gibt keinen größeren Experten fürs Judentum. Und dieser Rabbi sitzt da und die Frau schafft es endlich zu der Audienz, sie kommt da hin, hochschwanger und bedankt sich erstmal, lieber Rabbi so und so. Es ist so eine Ehre hier zu sitzen. Ich habe, ja mein Kind, was hast du für eine Frage? Ja, wie sieht das aus? Sie sehen ja, ich bin schwanger. Darf man in der Schwangerschaft auch kein Schweinefleisch essen? Und er fragt, und er sagt nur, wie, darf man kein Schweinefleisch essen? Und das ist so typisch, über Seiten beschrieben. Ja, eine Technik, die wir uns auch wieder abgeschaut haben, als wir im Turbo von Marrakesch seitenweise Ramon, den Killer, eingeführt haben, um ihn dann ganz lapidar am Ende des Kapitels von so einer Rentnerin überfahren zu lassen. Man schafft eine Tötungsmaschine, die man sich ausdenkt, ein Messerspezialist, ein was weiß ich nicht alles, einer der besten Profikiller. Der Profikiller der Welt. Und er wird dann einfach... Kommt in Düsseldorf aus dem Flughafen. Ja, guckt nach dem Taxi. Und wird von einer Rentnerin mit dem Suzuki Swift überfallen, die mit ihrer Freundin auch eine Rentnerin telefoniert. Und sagt, warte mal Gisela, es hat ihr gerade bumm gemacht. Es hat gebummst. Ehrlich, ja. Ja, auch nochmal empfohlen, der Turbo von Marrakesch. Ja, auch ein tolles Buch von uns. Kishon muss ich auch nochmal sagen, viele haben den gar nicht mehr auf dem Schirm oder wollen den so als spießig darstellen oder dass das so ein bisschen puzzelig wäre. Ich möchte das hier nochmal vehement verneinen. Kishon ist total lustig. Einer meiner Lieblingsgeschichten ist jüdisches Poker, wo er über ein paar Seiten beschreibt, wie jüdisches, dass er mit seinem Kumpel im Kaffeehaus sitzt und dass die beiden dann Poker spielen. Aber wie sich eben halt für das Volk des Buches geziemt im Kopf. Ja. Heißt, irgendeiner denkt sich eine Zahl aus, der andere auch und dann sagt man einfach, wer die höhere Zahl hat, hat gewonnen. Und allein schon diese Idee ist einfach so bizarr, dass man um Geld spielt und der erste sagt vier und der andere sagt, scheiße, ich habe mir nur drei gedacht, du hast gewonnen. Und es ist so fucking brilliant. Ich liebe Kishon. Jetzt sind wir schon fast wieder ins Detail gegangen. Ja, Autoren, die mich auch sehr beeinflusst haben. John Irving, Philip Roth, John Updike. Okay. Alle drei, die waren sie damals die neuen Wilden der amerikanischen Literaturszene. Alle drei beinharte Feministen, ja und Philip Roth, vielleicht noch eine Nasenlänge voraus bei mir, weil er sehr viel über Scheinheitlichkeit und Moral und den erhobenen Zeigefinger schreibt. Ach, ich könnte das schon wieder komplett lesen. Wirklich, Philip Roth, der menschliche Makel. Toll, das ist ein wirklich tolles Buch. Wahnsinn. John Updike, die Rabbit-Romane, dann Landliebe. Ab jetzt hat er ja den Geruch eines Fickers vom Typen, der zum ersten Mal fremd geht und so. Olbeck findest du auch gut, ne? Olbeck, ja, bei den Franzosen, die Franzosen, Michel Olbeck, dann Béch Bédère, wunderbar. Aber auch Philippe Dijon, ja, herrlich, herrlich. Aber, ja, was weiß ich. Aber nochmal, wirklich, ich möchte es nochmal rausstellen, ich sage es dann auch nicht nochmal, Philip Roth, bitte Leute, lest Philip Roth. Da steht es drin, diese ganze Scheiß-Scheinheiligkeit. So, erzähl du bitte. Ja, welche Bücher mich am nachhaltigsten beeindruckt. Ich glaube, da muss ich wirklich auch mal sagen, Leute, lesen ist so wichtig. Lesen ist wirklich wichtig, weil, wenn, ja, wie, oh Gott. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelesen. Und weil ich mich sehr schnell gelangweilt habe, habe ich bei meinen Eltern auch sowas aus dem, schon mit 14, John Steinbeck, jenseits vom Eden. Ja. Aus dem Camus, die Pest. Und er hat das alles aus dem Schrank gezogen und hat mich in all diese Welten reinsaugen lassen. Selbst so etwas wie James Missioner, Texas, eine Wahnsinnssaga. Und selbst wenn das Buch manchmal noch so banal war, hat mich vieles doch beeindruckt, weil ich mich in, wie bei Karl May, in Landschaften habe reinfallen lassen. Weil ich mit dabei war. Weil ich auch beim Paten am Schreibtisch gesessen habe. Schiffsmeldung, ein Buch, was mich, ja, wahnsinnig. Prox, wie heißt der noch mit Vornamen? Annie Prox. Annie Prox, ja. Ja, herrlich, da hat mich auch so gefesselt. Diese Geschichte von einem Loser, der sich selbst als Loser begreift und dann aber wieder um sein Glück kämpft. Ach, ganz toll. Aber ich habe auch mit 14 gelesen, Eugen Kogon, Der SS-Staat, solche Bücher. Also Anne Frank, Die Eichmann-Protokolle von Jochen von Langen, also auch geschichtliches, wahnsinnig. Da war ich nie so unterwegs, muss ich schon zugeben. Ich möchte noch ein neueres Buch empfehlen. Ist jetzt gerade in der Verfilmung, Der Distelfink von Donner Tat. Oh, habe ich mir gekauft. Wahnsinnsbuch. Wir haben es schon mal angerissen. Aber sehr schwer, sehr düster. Ja, ist nichts für die kleine Pause. Sätze, die teilweise über eine ganze Seite gehen. Ja, die hat zehn Jahre an dem Buch geschrieben. Nein, der Gesangsverein. Oh Gott. Die geheime Geschichte, auch von Donner Tat, auch zehn Jahre lang geschrieben. Ich habe das hier schon mal betont. Mich beeindruckt das immer, wenn sich Leute so Sätze wirklich so abbringen, quasi aus dem Knochenmark rausreißen. Ja, herrlich. Ja, also. Nein, ich wollte nur damit sagen. Ja, wir wollen überhaupt ein Credo aussprechen fürs Lesen, Lesen, Lesen. Ja, auch die neueren Autoren. Lesen, Lesen, ja. Und ja, Olbecker, Olbecker, Serotonin, Unterwerfung. Also Konrads, Herz der Finsternis. Ja, Josef Konrads, Herz der Finsternis als Klassiker habe ich immer wieder gelesen, eben die Vorlage für Apocalypse Now, aber von den neueren Büchern wirklich Unterwerfung und Serotonin von Olbeck und vielleicht als Hörbuch sogar, weil von Christian Berkel gesprochen. Es kann keinen besseren Sprecher für Olbeck geben als Christian Berkel, der ja französischer Muttersprachler ist, ist in Paris aufgewachsen. Oh Gott, ich glaube, ich höre es gleich nochmal. Ja, wir können jetzt so weitermachen, aber das soll erstmal reichen. Vielleicht noch eine Frage und die anderen müssen wir zurückstellen. Aber es ist, Till, du merkst, es ist gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte das sogar das Konzept unseres Podcastes werden, dass wir das mit den Hörern zusammen machen. Oder zumindest. Was interessiert euch? Ja. Über die Fragen kommen wir ja eben auch auf die Themen. Und dann wissen wir noch mehr, was euch wirklich interessiert. Ja, 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 ja. Die letzte Frage. Oh, 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 oh. Ähm, was mache ich da? Welche Musiker sind eure, ja, ist ja auch nicht schlecht, wenn wir schon das Thema Buch jetzt hatten. Welche Musiker sind eure Favoriten? Till wird mit Beatles und Stones antworten, heißt es hier. Aber wer noch? Dann fang du jetzt erstmal an. Oder ich fang an. Ich muss jetzt erstmal überlegen. Warte, ich verschaffe dir ein bisschen Zeit. Ich muss wirklich... Ich lege sofort ab, du kannst erstmal... Darf ich vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, dass populäre Musik mich noch nie interessiert hat. Jetzt, bis Mitte 20 nur Instrumentarmusik, mir tut das alles sehr leid. Ich würde gerne hier antworten, ja, Snoop Dogg oder Kanye West. Solche Sachen würde ich gerne... Snoopy von den Peanuts oder was? Nein, den fand er ja immer so gut, deswegen hat seine Mutter ihn immer Snoop genannt. Tja, ich finde das sehr interessant. Ich finde auch Eminem interessant. Aber am Ende höre ich dann lieber gar keine Musik. Ja, welche Musiker sind eure Favoriten? Das ist natürlich so eine Frage, die man einem älteren Menschen... Scheiße. Jetzt mach keinen Scheiß, Till. Du reitest uns hier rein, wirklich. Antworte mal ein bisschen populär. Ich will nicht populär antworten. Aber ich will, dass du es willst. Musik ist für mich einfach ein Lebenselixier und ich kann das nicht beiläufig beantworten. Es ist... Ja, aber du darfst uns auch nicht langweilen. Ich muss vorwegstellen, erst mal, jede Art von Kunst, die euer Herz berührt, ist erst mal gut und wichtig. Das heißt, wenn irgendein Teenie bei Billie Eilish oder bei Rihanna oder bei Mike Singer irgendwie Gefühle kriegt... Was ist mit Janett Biedermann? Ja, auch. Alles in Ordnung. Die habe ich nämlich gestern hier auch gesehen. Es ist alles in Ordnung. Oli P. Auch Oli P. Ein großer Fan unseres Podcasts. Ja. Gegrüßt an dieser Stelle. Ganz genau, lieber Oli. Aber darum geht es gar nicht. Was sind eure Favoriten? Das kann man ja nur persönlich beantworten. Welche deutsche Band? Komm, ich muss dich ja ein bisschen aus der... Du hast schon so oft über Musik gesprochen. Jetzt müssen wir mal... Wir brauchen mal eine quere Antwort von dir. Keine bequeme. Verdammt noch mal. Ey, deutsch, deutsch. Ja. Ich muss dir wirklich sagen, dass viele deutsche... Was ist mit Volker Kriegel? Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Jazz und Jazzrock war das. Ich finde, dass Rio Reiser ein paar tolle Texte geschrieben hat. Deine drei Lieblingssongs von Rio Reiser. Für immer und dich. Für immer und dich. Für immer und dich ist ein... Ein Text. Da brauche ich noch nicht mal Musik zu. Für immer und dich ist ein Text, bei dem ich sofort anfangen kann zu weinen, weil es mich so tief berührt. Diese... Ich habe so oft für dich gelogen und ich biege dir noch einen Regenbogen. Ich brenne für dich. Ich schnee für dich. Das ist alles so... Das ist alles sehr, sehr... Ja. Sehr, sehr schön. Junimond. Na bitte. Junimond natürlich auch. Eine... Alles bleibt stumm und es zieht kein Sturm auf, wenn ich dich sehe. Alles bleibt stumm und es zieht kein Sturm. 2000 Stunden habe ich gewartet. Ich habe sie alle gezählt und verflucht. Ich habe getrunken, geraucht und gebetet. Hab dich flussauf und flussabwärts gesucht. Doch jetzt tut es nicht mehr weh. Nee, jetzt tut es nicht mehr weh. Oh Gott. Alles bleibt stumm und kein Sturm zieht auf, wenn ich dich sehe. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist so... Komm, ein noch. Ach, bei den anderen bin ich auch dabei mit blinder Passagier, Menschenfresser-Menschen. Lass uns das Ding drehen. Ach, ich mag auch die Bananen-Sachen von ihm. Lass uns ein Wunder sein. Halt dich an deiner Liebe fest. Ja, der Film. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht. Boah, ich bin so glade. Und du bist so müde, dass du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt. Halt dich an deiner Liebe fest. Leute, ist das nicht schön? Mit diesen Worten entlassen wir euch in die Nähe. Ja, weil die Sonne scheint aus bestes Wetter. Und es ist November. Und Leute, lasst euch von dem November-Blues nicht einkriegen. Haltet euch tatsächlich an eurer Liebe fest. Ja, umarmt den November. Findet eure Liebe. Ach, großartig. Jetzt trinken wir mal ein schönes Glas Champagner heute Abend, oder? Ja. Ja, das machen wir mal. Ach, ich muss noch auf die Bühne. Wunderbar, oder? Reite dann wieder zurück zum Hotel und bin eine Stunde später hier. Und dann trinken wir ein schönes Glas Champagner. Ja, so ist das toll. Es geht doch nur um Gefühle, Leute. Wenn man keine Gefühle hat. Fühle, fühle, fühle. Hat ja schon Dings gesungen. Wolle Petri. Fühle, fühle, fühle. Ja. Wahnsinn. Du spielst mit meine Gefühle. Fühle, fühle. Ich habe immer verstanden, warum haust du mich mit der Kelle, Kelle, Kelle. Ja, ja, ich schalte jetzt aus. Macht's gut. Tschüss. Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder Zärtliche Cousinen